Es sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und damit meine ich nicht den Blick über meine Schulter hier über Shibuya. Sie erkennen das wahrscheinlich schon, die berühmte Kreuzung. Nein, der Blick auf den Chart, denn der lässt vermuten, die Welt ist nicht ganz so schlimm, wie es alles sich anmutet. Wir haben eigentlich ganz gut gestartet nach dem Wochenende. Der asiatische Markt war ja schon tapfer unterwegs, nicht überschwänglich, aber immerhin nicht schlecht. Und auch DAX und Dow Jones und die anderen Verdächtigen waren in der Form nicht die Übelsten. Sie sind relativ zügig nach oben gegangen. Im Moment wackelt das ein bisschen nach unten. Das sind ja eher Verhaltensweisen, die auf eine Fortsetzung nach oben, also sprich nach dem Ende dieser Abwärtsbewegung, dafür sprechen, dass der Markt anschließend weiter nach oben geht. Also dafür gibt es den einen oder anderen Hinweis aus dem Chart, zumindest mal nachrichtenseitig ist das nicht unbedingt ein Bringer aktuell, was wir zu erwarten hatten. Wir hatten Inflationsdaten aus China, die sind deutlich höher ausgefallen als erwartet und auch als zuvor. Aber ansonsten ist montags natürlich immer relativ viel Ruhe angesagt und nicht wirklich was auf dem Plan. Da kann man schon eher hoffen, dass es keine ganz schlimmen Nachrichten gibt in Bezug auf den Virus. Und ich will da gar nicht auf die Krankheitsgeschichten und sowas eingehen. Das ist traurig genug für den einen oder anderen. Aber es geht für uns ja jetzt hier auf die wirtschaftliche Seite. Und da sehen wir ja schon, dass es viele Einflussfaktoren gibt. Beispielsweise, dass nicht alle Unternehmen im Moment produzieren dürfen. Für Tesla gilt das allerdings nicht. Tesla und Honda sind wieder mit an Bord. Auch in China haben Freigabe gekriegt, grünes Licht. Toyota produziert noch nicht, hat noch eine Woche Pause. Foxconn, der Hightech-Konzern aus China, darf ebenfalls nicht oder in China darf ebenfalls nicht im Moment produzieren. Es ist zu dicht, die Hauptfabrikation an Wuhan. Das sind ungefähr 200 Kilometer Luftlinie. Und dementsprechend hat dort die Aufsichtsbehörde oder wer auch immer das dort entscheidet in China gesagt, nein, 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 ihr lasst das nochmal zu. Das dürfte Einfluss haben auf Apple beispielsweise, auf Dell, auf HP, auf Huawei, auf Amazon, auf Google, auf all diese Unternehmen. Die sind nämlich alle abhängig davon. Hier war es zum Beispiel heute in den Medien in China. Nein, nicht in China. Hier in Tokio in der Nikkei Shimbun ein Thema, dass genau diese Unternehmen darunter noch leiden werden, dass hier die Unternehmung Foxconn in dem Fall noch nicht wieder produzieren kann und den Lieferengpass damit sicherlich nicht entkräftet. Also wir sehen, der Einfluss ist immer noch eher negativ, ob man jetzt hier an Endzeitstimmung schon glaubt oder nicht, aber es wird auf jeden Fall Dellen im Umsatz und Dellen in der Produktion verursachen und wir werden sehen, wie weit sich das nachher noch auswirkt und wie schnell das wieder wettgemacht werden kann. Denn irgendwo sind auch Kapazitätsgrenzen dann auch erreicht. Also sprich, wenn es dann mal wieder geht, ist die Frage, wie schnell kann das aufgeholt werden. Das sind alles aber ungelöste Probleme. Deshalb ist der Markt, was das angeht, wahrscheinlich auch noch ziemlich verhalten. Einerseits sieht es ja so aus, als ob man vielleicht doch eher nach oben will. Auf der anderen Seite, aber wir haben noch so viel Ungewissheit. Und wir sehen, das ist so der Widerstreit der Ewige an der Börse, der uns in diesem Fall ebenfalls noch mal beschäftigen wird, auch in dieser Woche. Davon ist einfach rauszugehen. In diesem Sinne drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie gut reinkommen in die Woche, dass Sie auf dem richtigen Weg sind und sage, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.